Paul Kamenisch, 1893 bis 1970 Als studierter Architekt tastete sich Paul Kamenisch zuerst an die Malerei heran, indem er Aquarelle malte, die architektonische Fantasiegebilde zeigten. Nach einem Aufenthalt auf Monte Verità 1923 wurde er einer der Mitbegründer der Gruppe Rot-Blau. Seine Bilder waren anfänglich beeinflusst durch den Stil Scherers oder Kirchners. Bald wandte sich Kamenisch aber einer gedämpfteren und naturalistischeren Malweise zu, als er in Basel die Gruppe 33, eine antifaschistische Künstlervereinigung, mit ins Leben rief.